Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Wo Xenoblade erstmal Kniebeugen macht. Ja, beim letzten Mal haben wir hier Kolonie Zero, also das Straflager, mal ein bisschen aufgebübelt, renoviert, dass es hier ein bisschen heimeliger ist und auch mal ein bisschen ungetiefer beseitigt. Und heute sind wir hier noch weiter im Straflager Kolonie Zero am helfen. Und dafür müssen wir erstmal mit dem ungewöhnlichen Kerl, der niemals aus seinem Feronis raus wollte und es auch heute noch nicht ist, erstmal aus seinem Roboter rauszwingen. Dafür packen wir ihn einfach am besten an allen Beinen und zerren ihn raus so gut wir können. Ich würde einfach sagen, ich bleibe mich aus dem Bild. Let's go. Ja, auf Sigiri antworten die alle. Ja, aufg Kniebeugen. Ja, aufg Kniebeugen. Ja. 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 Och Jungen. Och noch einer der sich beschwert. Man ist der unfreundlich. Der Typ wird immer unsympathisch. Der Typ wird immer unsympathischer. Ziel erfüllt, würde ich sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich zehre dich gleich da raus. Du kriegst gleich einen Hammer. So, ein unfreundlicher Spießgeselle. Ich seh schon, ich darf weit reisen. Ich muss sogar in ein anderes Gebiet. Okay, machen wir erstmal die Viecher fertig, die hier in den Gebieten, würde ich sagen. Okay, die ersten Gegner sind hier auf der Insel. Hier waren wir doch für Tryton einmal. Dann haben wir ihn nie wieder gesehen. Giftige Pampe. Ich kann mir vorstellen, warum ich hier drin nie war. Äh, Spinne. Start scheint die Viecher aber nicht zu sein, die ich jagen soll. So, einer darf schleuten mitteln, ja. Okay, ich muss aber nicht besonders viele kaputt machen. Na gut, die nächste Spinne dann mal platt machen. So, ich bin hier Nummer 2 ist ein Tod. Gut. Können uns hier aber ruhig noch kurz einen Moment umschauen. Also hier ist ja zum Beispiel eine Höhle zum Blitz geladen. Aber wir sind ja hier nie durchgelaufen wegen Gift. Hier ist auch ein Teil der Hauptquests von dem, äh, 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 Schiff, ne. Aber die versuchen wir natürlich momentan erstmal zu ignorieren. Hab ja schon gesagt, warum, ne. Oh, ein Container. Ich sehe einen Boss. Und folglich einen weiteren Reisepunkt. Da unten ist sogar noch ein Boss und der sieht richtig krass aus. Können hier gleich zwei Bosse fertig machen. Gerondon der Geile. Gute Name. Ja, ich sehe dich. Das ist kein Ball. Da unten hat es etwas guckt! Ja, das muss ich... Ja, ich sehe dich. Aua. Uh, der hält was aus. Das Vieh da unten wird wahrscheinlich auch einiges aushalten. Nein, Mian. Ist denn jemand das Vieh zum Schwanken? Der hat sich noch ein anderer Gegner eingeschlichen. Na gut, dann hauen wir ihn mal runter, ne? Ja, das Vieh ist RIP. Irgendwie spannend, was wir hier oben finden. Danach kommen wir ja zu der Unke da unten. Dass ich da einfach ein paar andere Frechdachse noch mit eingemischt hatten. Ja, aber ich muss immer wieder sagen, ne? Sigiri in der Anguskette ist einfach ultra stark. Die haut da halt, äh, das, äh, beim ersten Mal, äh, allein schon fast auf 200, wenn man es richtig macht. Es ist ja vielleicht so eine Art Geheimpunkt. Sieht nicht so aus, als ob man hier irgendwo höher kann. Ah, okay, hier hätte ich für das Ursprungsmetall hier müssen, ne? Also, lassen wir das hier erstmal. Dann machen wir die Unke da unten noch, äh, alle. Ich glaube, umwerfen wird bei dem Ding ein bisschen schwer. Hey, wird draufkloppen. Es gibt übrigens, äh, einen Boss, den habe ich auch Oskin fertig gemacht. Und zwar, auch hier so ein bisschen in der Nähe. Nach dem Kampf kann ich ja zeigen, wo. Das war nämlich so ein, äh, Level 40 Gegner, da dachte ich mir, ey, komm, das erspare ich euch. Wegen Kampf. Weil das ist, ähm, wäre an dem Punkt nicht mehr wirklich interessant. Wo das Vieh dann, äh, kein Damage macht. Ich haue jetzt hier auch mal die Synchro. Das Ding darf ruhig einer umwerfen. Einmal reinkloppen. Der spätestens eine Angriffskette, die ich, äh, danach reinhaufe. Oh, ich hab zweimal die Ult reingekriegt. Na gut, dann beenden wir das mal. Tatsächlich hat das Vieh die Angriffskette überlebt. Aber spätestens jetzt stirbt es. Und tot. Und noch einen Boss fertig gemacht. Ein Morgwombardert. Ein Morgwombardert. Na gut, dann auf zum nächsten Punkt. Wir müssen nach Aethi einmal und einmal nach vorne. Okay, äh, Leute, ich stehe jetzt hier an der Stelle, äh, halbwegs, wo wir hin müssen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir da hinten hinkommen. Also, ich kann euch die Karte zeigen. Da müssen wir hin. Von dort aus haben wir keine Möglichkeit, hinzukommen. Von hier aus haben wir keine Möglichkeit. Und von, ne, der Seite aus haben wir keine Möglichkeit. Ich glaube, äh, irgendwie müssen wir hier eigentlich einen Weg rüberführen. Aber ich weiß nicht, äh, wie wir das anstellen sollen. Weil wir müssen da drüben hin. Ich rede jetzt hier schon, äh, ein paar Minuten herum, weil ich halt wirklich von allen Seiten jetzt schon geguckt habe. Weil ich nicht weiß, wie wir da oben hinkommen sollen. Vielleicht ist irgendwer aus der anliegenden Kononie hier eine Brücke gebaut? Ist das vielleicht eine Option? Also, solange wir da, äh, da nicht irgendwie hinkommen, können wir mit der Quest nicht weitermachen. Ich kann auch von hier aus gucken, aber ich glaube nicht, dass ich da einen Weg finde. Also, ich bin jetzt von der Seite hier einmal komplett da dran geschwommen. Ich, 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 ich sehe den Weg nicht. Ich glaube echt, dass irgendwie einer eine Brücke bauen muss. Wir können ja mal bei den Kolonien hier in der Nähe einmal, äh, eben kurz vorbeischneiden. Vielleicht ist da ja irgendeine Quest. Also, da will er auf jeden Fall eine Information von sich geben. Okay. Hier gibt's auf jeden Fall Informationen zum Besprechen. Okay, nach ein bisschen Suchen habe ich Informationen gefunden. Oh, ich sehe da im Hintergrund noch mehr Informationen. Haben ja keine andere Wahl als hier in der Nähe halt wirklich jetzt was zu machen, weil wir kommen sonst nicht weiter. Ah, sie haben sich auch an die Maser-Toffeln gewöhnt. Vorher waren es ja die Brechtoffeln. Sions Wunsch ist wahr geworden. Sie können endlich von der Landwirtschaft leben. Vielleicht ist auf deren Feld auch noch irgendwer unterwegs. Ansonsten besprechen wir jetzt das ganze Zeug. Ach, darf hier auf dem Feld arbeiten. Na, an die Feldarbeit gewöhnt? Oh, so, das kann ich nicht machen. Na, Sion. Dann mal ab ins Zelt besprechen. Ich kann ja auch noch zusätzlich gucken, ob ich die Stufen steigern kann. Nope. Die Maser-Toffeln sind echt ein Nebenquist, aber ich glaube, Elix verbleibt müssen wir auf jeden Fall machen. Everyone, ein Moment of your time? Scheint gut zu schmecken. Na ja, das bekämpft ein Nahrungsmittel-Problem. Ja, aber irgendwie klingt der Satz trotzdem komisch. Stimmt, kenn ich. Irgendwann hat man den Geschmack satt. He, 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 he. Na gut. Die Maser-Toffeln lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube, dass das hier wirklich wichtig ist, damit wir weitermachen können. Ja, mit dem Ding wird sie sich schon verteidigen können. Ja, mit dem Ding wird sie falsch gemacht. Ja, mit dem Ding wird sie früh gemacht. Ja, mit dem Ding wird es nicht ganz Pardon parce ähnlich fast, aber immer vergessen. Töne dies, der Che cin stimmt eingere, schießt." Füge der Hoffnung 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 ich hoffe einfach mal dass ich alles habe einfach drauf hoffen wenn ich jetzt noch was sammeln muss dann sage ich nein und das kann ich alles hier sammeln warte mal okay die sammelorte sind jetzt nicht so weit weg ich sammle mal eben kurz alles zusammen auch wie nett ich muss nicht alles sammeln ja 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 Ja. Ich meine, die Einzige, die ihre Erinnerungen komplett zurückbekommen hatte, war ja Miyabi. Miyabi hat als Einzige ihre Erinnerungen zurückbekommen, ne? Können wir den anderen auch geschenkt werden? Ja, wäre das prima. Hey, hier ist das, was wir brauchen. Ich kriege echt das Meister geschenkt. Ich kriege echt das Meister. Ja, das muss ein gewaltiger Schock sein. Ach, er ist auch hier. Ich kriege das Meister. Ich kriege das Meister. Ich kriege das Meister. Super, dann haben wir ja gleich schon das Zeug. Aber wenigstens hat ein D auch bekommen, was er verdient. Super, dann haben wir ja schon das Zeug. 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 Ja, guck mal Leute, haben wir wenigstens eine Mission heute abgeschlossen. Oh, dann haben wir ja schon das Zeug. Super, dann haben wir ja schon das Zeug, dann haben wir ja schon das Zeug. Wenn ihr ja schon das Zeug, dann haben wir ja schon das Zeug. Dann haben wir ja schon das Zeug. Dann haben wir ja schon das Zeug. Dann haben wir ja schon das Zeug.